Grüezi Freunde, es läuft hier beim Bauerhaus heute Samstag. Ich habe gerade bemerkt, dass bei mir, wenn die Weihnachtsbeleuchtung am Raktor, alles eingeschaltet ist bei helllichtem Tage. Ja, ich bin da am Endman und da habe ich da manchmal so die Lacken. Nein, ein schlimmes Unkraut, das ich da ausreisse und in einen Sack schmeisse. Ja, bei mir wird Entgemerkt, es gibt ziemlich viel Arbeit. Hier das grösste Stück 1,5 Hektar und sonst ist das um das Haus herum, zwischen Bäumen durch, an der Zürich-Bernstrasse entlang, von kleinen Stücken, die viel Arbeit geben. Ich bin da den ganzen Samstag nach Mittag beschäftigt, jawohl. Und ja, ich weiss noch nicht, wie weit läuft da nicht. Ja, mein Plan wäre, wie gesagt, heute, man. Aber jetzt muss da zuerst gearbeitet werden. Die Bläche muss da gemäht werden. Nicht vom Motorrad fahren. Ja, liebe YouTube-Freunde, seit der Gruppenvorführung vor zwei Tagen hat mein Fan, mein 311er, einen neuen Namen. Ich bin da bei der Gruppenvorführung mit dem Horsch-Grupper mit Foodpower auf dem Feld rumgefahren. Und Christoph Landau hat dazu gesagt, seht da das kleine Kampfschwein im Einsatz sind. Und ich fahre da mit dem Joystick, vorwärts Geschwindigkeitseinstellung, vorwärts, rückwärts. Hier, wie immer, ohne Kupplung und Bremse. Und natürlich auch ohne Gaspedal oder wie das beim Bett so schön heisst, Fahrpedal. Keine Pedale, die wir schließen für nütz. So, und zwischendurch muss da getankt werden. Aktuelle Preise, 1.40 Franken ist der Normalbenzin und 1.39 Franken der Diesel. Wie ist der in Deutschland im Moment? Schreit mir doch. Ja, das braucht Zeit, diese Mäherei. Ihr seht da so kleine Streifen, wie dieser hier. Dann auf der anderen Seite der Strasse ist das gerade das Gleiche. Bis das alles gemerkt ist, ums Haus, um die Bäume herum. Hat dafür Zeit gebraucht. Jetzt bereits Samstagabend, halb sieben. Und ich habe noch einmal so einen Streifen zum Mähren. Und dann ist auch für mich dann Feierabend.